Vielen Dank für die Einladung zur HR Innovation Roadshow, Ihnen heute das Produkt Future Skills vorstellen zu können. Ein digitales Werkzeug, mit dessen Hilfe wir neue Kompetenzen analysieren, entwickeln und sichern können. Wir starten jetzt gleich mit unserem Pitch. Und zwar habe ich mitgebracht zum Pitch meine Kollegin Lea, die aus der Zielkundenperspektive heute den Worker-Status versucht, näher darzustellen. Und meine Person ist Co-Founderin von Think Simple und versucht heute, das Produkt im Bereich als Unternehmerin besser darzustellen. Und da komme ich als Unternehmerin gleich zu eines der typischsten Probleme, die wir im HR-Bereich haben. Stellen Sie sich vor, wir wollen ein neues Produkt launchen, eine Innovation auf den Markt bringen oder einen neuen Geschäftsbereich aufbauen. Was brauchen wir dafür? Ganz klar Menschen. Menschen, die diese Idee voranbringen und zum Erfolg bringen. Was mache ich als Unternehmerin in dieser Aufgabenstellung? Ich gehe auf meine Führungskräfte und auf die HR-Abteilung zurück und versuche herauszufinden, welche von unseren Mitarbeitern und Kollegen können diese mögliche Jobrolle in der Zukunft ausfüllen. Was brauche ich, um sie dorthin zu entwickeln? Nach der Klarheit der Anforderungen können wir eigentlich ganz schnell auch in der digitalen Personalakte sicherlich das fachliche Können scannen, sodass wir aber eigentlich noch die mangelnde Klarheit haben über das Können per se im Soft-Skill-Bereich. Im schlimmsten Fall steht mir noch nicht mal eine Information über das Wollen zur Verfügung. Und das kann ich vielleicht noch lösen, indem ich direkt in die Fachbereichsabteilung gehe und frage, hey, kannst du dir vorstellen, aus deiner Fachbereichsabteilung einen Mitarbeiter für diese Jobrolle weiterentwickeln zu wollen? Und ich höre im besten Fall, ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber nein, das möchte ich aktuell nicht, weil ich mein bestes Pferd im Stall für meine eigenen Themen brauche. Bitte sei so lieb und rekrutiere es von außen. Und ein Können wollen und dürfen von außen als Bewerber wirklich klar zu rekrutieren, ist so gut wie unmöglich, weil uns fehlen damit noch mehr Informationen als eigentlich über die mangelnde Mitarbeiter, über die fahrende Mitarbeiter. Und worauf läuft das hinaus, dieses Problem? Wenn ich keine Klarheit habe über das Können, Sollen und Dürfen, dann habe ich auch keine Klarheit über eine mögliche Fehlbesetzung oder eine Nichtbesetzung im Recruiting. Und das kostet mich als Unternehmer einfach viel zu viel Geld. Nach einer aktuellen BPM-Studie wird das 150.000 Euro mindestens im Jahr für eine Führungskraft bedeuten. Und das sollte doch nicht unser Thema sein. Ja, wie siehst du das, Lea, als New Workerin? Ja, ich sehe das sehr ähnlich, beziehungsweise für mich ist die Situation, die du jetzt beschrieben hast, insofern ein Problem, dass ich mich einerseits, wäre ich sehr enttäuscht, weil man mich für die neue Rolle nicht erkannt hat. Und andererseits frage ich mich natürlich auch, wieso das so ist, wieso man mein Potenzial nicht wahrnimmt oder nicht erkannt hat. Wie du gesagt hast, keiner hat mein Können, mein Wollen und mein Dürfen analysiert. Keiner hat das Tool dazu. Also meine Eignung wurde einfach überhaupt nicht geprüft und auch nicht wertgeschätzt, finde ich. Und für mich als New Workerin ist es aber wichtig, dass ich wachse, dass ich mich weiterentwickle. Ich hätte voll Lust auf diese neue Rolle, gerade auch vor dem Hintergrund, weil ich eben nicht so sehr lange an der gleichen Position mit den immer gleichen Aufgaben sein möchte. Und ich würde mir einfach wünschen, beziehungsweise ich erwarte halt auch, dass eben nicht nur alles sich auf die jetzige Jobrolle konzentriert, Performance können, wollen, dürfen, sondern auch eben zukünftige Positionen in den Betracht gezogen werden und da meine Kompetenzen und auch meine anderen Merkmale, die meine Person ausmachen, zählen. Und dass mir einfach die Frage beantwortet wird, wo ist mein nächster Step? Was ist meine nächste Rolle? Und das ist für mich unerklärlich, wieso wir heutzutage dieses Problem noch nicht gelöst haben und meine Wünsche nicht erfüllt werden können. Und da stimme ich dir zu, das darf zum heutigen digitalen Zeitalter auch nicht mehr unser Problem sein. Spätestens mit Future Schools lösen wir dieses Problem auf in einem neuartigen digitalen Tool, in dem wir die Diagnostik und die Entwicklung in einem vereinen. Was heißt es konkret, dass wir dich, Lea, auf eine aktuelle und auf eine zukünftige Jobrolle jederzeit begleiten, sowohl aus der diagnostischen Sicht, ich sprach eingangs schon von den drei Säulen können, wollen und dürfen. Wir erhalten also durch systemische Diagnostik und KI-gestützte Diagnostik viel mehr Informationen über deinen Softskill können und können dies tatsächlich verbinden sogar mit deinem Wollen, was meistens durch den Cultural Filter, also meiner Kultur, und deinen persönlichen Präferenzen gematcht dargestellt wird. Und last but not least erfahren wir auch viel mehr über dein eigentliches Organisationsumfeld, in wessen du per se viel schneller wächst und dich entwickeln kannst und was ich sozusagen an Führungskraft und an Strukturen bereitstellen muss. Wenn ich das alles habe, habe ich im Grunde genommen die klassische Diagnostik ganzheitlich zur Verfügung gestellt und damit Klarheit auf deiner als auch aus meiner Seite gebracht. Damit gibt es sicherlich schon einige Tools, die auch bei Ihnen im Einsatz des Unternehmens sein dürften, nur ist das ja nicht die Lösung von Future Skills, wenn wir ums Entwickeln gehen. Wir sind ja ein Entwicklungstool und dementsprechend brauchen wir noch eine Diagnostik mehr, nämlich die Lerndiagnostik. Denn erst wenn ich weiß, was der wirkliche Gap ist und ich sicherstellen kann, dass ich die richtige Form des Lernens wähle, die nämlich dir, Lea, am ehesten entspricht, erst dann kann ich wirklich mit dem Tool einen Entwicklungspfad, eine Handlungsempfehlung ausgeben, die vielleicht sogar begleitet durch ein Chatbot PR oder, wenn du nicht intrinsisch getrieben, selbstgesteuert lernen möchtest, tatsächlich auch begleitet durch Coaches oder durch Führungskräfte, dir deinen persönlichen Entwicklungsweg aufzeigt und dich dahin begleitet. Ja, und aktuell sind unsere Kunden tatsächlich in dem Gebiet des Recruitings, des Onboardings und des Talentmanagements und nutzen Future Skills schon sehr erfolgreich. Was meinst du, Lea, könnte dieses Produkt für dich interessant sein? Ich denke schon, dass das ein Werkzeug wäre, das sehr hilfreich ist, sowohl für mich als eine Workerin als auch für dich als Unternehmerin. Es hört sich auch so an, als würden meine Wünsche berücksichtigt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damit dann die Sicherheit darüber haben, die Richtigen am richtigen Platz zu haben. Das sehe ich genauso. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und viel Spaß noch beim Pitchen. Ich habe auch die Wünsche.